Die vier besten JBL Bluetooth-Lautsprecher im Vergleich Ich bin begeistert von meinem JBL Flip 5 Bluetooth Box in blau. Die Portabilität des Lautsprechers ist sehr praktisch. Ich kann ihn überall hin mitnehmen und meine Lieblingsmusik genießen. Der Klang ist unglaublich klar und kräftig. Ich bin auch beeindruckt von der wasserdichten Funktion, die ihn überall verwendbar macht. Die 12 Stunden kabelloses Musikspielen sind wirklich nützlich während meiner Reisen. Dieser tragbare Lautsprecher ist definitiv eine großartige Investition und ich kann ihn jedem empfehlen, der Musik überall mitnehmen möchte. Der JBL Flip 6 ist die perfekte Bluetooth Box für meine Bedürfnisse. Ich liebe den kraftvollen Sound, der durch das Zwei-Wege-Lautsprechersystem erzeugt wird. Außerdem ist der Lautsprecher wasserdicht, was ihn perfekt für Outdoor-Aktivitäten macht. Ich war auch entzückt, dass ich bis zu 12 Stunden kabellos Musik abspielen kann. Es ist auch sehr tragbar, sodass ich es überall hin mitnehmen kann. Ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, der einen hochwertigen tragbaren Lautsprecher sucht. Ich habe meinen JBL Flip Essential 2 Bluetooth-Lautsprecher in schwarz jetzt seit ein paar Wochen und muss sagen, dass ich ihn absolut liebe. Der Sound ist herausragend und ich kann ihn überall hin mitnehmen, da er wasserdicht und portabel ist. Der kabellose Betrieb ist sehr praktisch und ich kann bis zu 10 Stunden Musik hören, bevor ich ihn wieder aufladen muss. Die Verbindung über Bluetooth funktioniert einwandfrei und ich kann sogar Anrufe entgegennehmen, wenn ich ihn mit meinem Smartphone verbinde. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann den JBL Flip Essential 2 anderen Musikliebhabern wärmstens empfehlen. Ich habe den JBL Partybox 310 in schwarz für meine letzte Gartenparty gekauft und bin absolut begeistert von diesem mobilen Lautsprecher. Das Design ist ansprechend und die Lichteffekte sorgen für eine tolle Atmosphäre. Der Sound ist unglaublich klar und leistungsstark, selbst bei hoher Lautstärke. Der Akku hält lange durch und die tragbare und rollbare Funktion macht das Transportieren super einfach. Auch die Spritzwasserschutzfunktion finde ich sehr praktisch. Insgesamt ein tolles Produkt mit hoher Qualität, das ich jedem empfehlen würde. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.